Guten Abend. Bundespräsident Steinmeier hat die bisherige Bundesregierung entlassen. Unsere Themen. Konstituierende Sitzung. Der neue Bundestag wird größer, bunter, jünger und ein bisschen weiblicher. Steigende Energiepreise. Die EU-Energieminister schaffen es nicht, sich auf gemeinsame Sofortmaßnahmen zu einigen. Und zeitgenössische Kunst im Schatten der Pyramiden. Forever is now, die erste internationale Ausstellung auf dem Plateau von Gizeh. Der 20. Bundestag kam heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Mit 736 Mitgliedern ist er der größte in der Geschichte der Bundesrepublik. Auch deshalb hat der scheidende Bundestagspräsident Schäuble in seiner letzten Sitzung eine dringende Wahlrechtsreform angemahnt. Seine Nachfolgerin ist ab heute SPD-Politikerin Bärbel Baas, die dritte Frau überhaupt auf diesem Posten. Ja, der neue Bundestag wird weiblicher, größer und vielfältiger. Koyla Kansiore hat eine Jungparlamentarien begleitet. Im Sudan wächst der Widerstand gegen die Militärregierung. Tausende Sudanesen gingen heute landesweit gegen den Putsch auf die Straße. Wie nun bekannt wurde, stehen der abgesetzte Ministerpräsident und mehrere Regierungsmitglieder unter Hausarrest. Es ist davon auszugehen, dass das Militär nicht vorhatte, seine Macht an eine zivile Regierung abzugeben. Über falsche Versprechungen und Machterhalt um jeden Preis, Lisa Müller. Eine gemeinsame Antwort wäre nicht nur wünschenswert, sie ist auch dringend notwendig. Denn der Winter naht und die Energiepreise steigen. Doch leider konnten sich die EU-Energieminister bei ihrem Treffen in Luxemburg nicht auf gemeinsame Sofortmaßnahmen gegen die Preisexplosion bei Strom und Gas einigen. Und eins sind sich die Minister auch bei der Frage, ob alle EU-Länder zusammen Gas einkaufen und lagern oder doch wie gehabt national agieren. Frederik Toussaint berichtet. Wie wirken sich die steigenden Energiepreise auf das Klima aus? Dieser Frage ist unsere Online-Redaktion nachgegangen. Die Antwort finden Sie auf arte.tv. Seit 2011 gelten EU-Sanktionen gegen das Assad-Regime und dessen Unterstützer in Syrien. Die Strafmaßnahmen gelten als Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen der Regierung gegen die Zivilbevölkerung. So wurden Vermögenswerte von Personen und Organisationen eingefroren, ein umfassendes Öleinfuhrverbot verhängt. Wer gegen die Maßnahmen verstößt, muss sich vor Gericht verantworten. Wie ab heute ein dänisches Unternehmen. Anhaltende Dürre, Wirtschaftskrise, steigende Lebensmittelpreise. In Afghanistan spitzt sich die Hungerkrise dramatisch zu. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung habe laut UN nicht ausreichend zu essen. Nun haben auch Pakistan und China die Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, den Menschen zu helfen. Im Ausland eingefrorene Gelder freizugeben. Johanna Siegel berichtet. Es ist eines von vielen dunklen Kapiteln in der belgischen Kolonialgeschichte. Bis 1960 wurden in belgisch Kongo tausende Métis, also damals sogenannte Mischlingskinder, von ihren schwarzen Müttern weggenommen und in katholische Heime geschickt. Ziel sei es gewesen, die Kinder von dem Einfluss ihrer schwarzen Mutter zu befreien. 60 Jahre nach der Unabhängigkeit verklagen Opfer jetzt den belgischen Staat. Sie verlangen Wiedergutmachung. Aus Brüssel, Lionel Gillian. Die Pyramiden von Gizeh gehören zu den sieben Weltwundern und damit zu den begrümmtesten Attraktionen der Welt. Seit wenigen Tagen können Besucher die antiken Städten neu entdecken. Im Zusammenspiel mit zeitgenössischer Kunst. Am Fuße der Pyramiden findet die internationale Kunstausstellung Forever is Now statt. Eine Premiere im Land am Nil. Über die spektakuläre Ausstellung im Schatten der Pyramiden und politischer Repressionen berichtet Eduard Dropsy. Und das war es von uns für heute. Ihnen noch einen entspannten Abend. Bonsoir, Erdemann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017